hallo meine lieben und zwar habe ich ein neues video für euch und zwar das aufgebraucht video für den halben november und halben dezember ich bin in meinem schlafzimmer wie ihr sehen könnt falls ihr hintergründen hintergrundgeräusche hört dann ist es entweder mein hase da könnte den käfig sehen und ich habe die waschmaschine an genau schon mal vorab dafür sorry so mit dem ersten produkt fangen wir an und zwar ist bei mir heute morgen leer gegangen von balea meine erfrischung erfrischende reinigungstücher die mit zehn prozent aloe vera mit hydro komplex normale und mich schaut da sind 25 stück drin sind vegan die kennt ihr von mir die zeige ich euch ja immer 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 mein neues päckchen ist schon im badezimmer und das ging heute morgen leer und ich liebe das ist eine sehr große empfehlung dann haben meine hunde vorgestern abend leer gemacht und zwar von pedigree die schmackos da sind fünf stück drin und die sind mit omega 6 und vitamin e und ja 36 gramm fünf stück sind drin die sind vom action die kosten ich mein 40 cent und die nehme ich immer mit und zwischendurch bekommen die dann mal so ein leckerli genauso wie die hier die von ich mein dulano sind die glaube ich die sind mit kalb das sind acht stück drin das sind die vom vom lidl also ich wollte nur die verpackung zeigen das sind acht stück drin die sind mit kalb und ja genau dann ging bei uns einmal leer von alpharm als doch alpharma so ich meine das ist die mark vom rossmann genau da ging uns leer eisen plus vitamine diese brause tabletten das sind 20 stück drin mit sauer kirch geschmack waren die gewesen und die sind sehr gut also eisen und vitamin und die waren sehr sehr gut gewesen dann ging bei mir auch leer mein deo roller von cd mit wasserlilie und da sind 25 milliliter drin ist so ein roller kennt er war sehr gut ich liebe diesen duft dann ging bei uns leer gerade eben die waschmaschine angemacht von domol weichspüler mysteries flower ist vegan hergestellt aus 100 prozent recyceltem plastik intensives dufterlebnis anti peeling effekt 35 wäsche soll man rauskriegen 1 liter die kennt ihr von mir und die benutze ich immer und dann habe auch hier von domol den weichspüler frühlingsfrisch ist auch vegan ist genau dasselbe auch ein liter die kennt ihr ja auch schon von mir ne also ich bleib da so fast eigentlich unseren düften und waschmitteln ist eigentlich treu genau und dann ging auch leer ich meine gestern ja das habe ich auch gewaschen genau von denk mit der hygienespüler wäschdesinfektion den kennt er von mir auch 1,5 liter ist er mit dem frischen duft von dm Dann ging gestern abend leer von miwulis die nahrungsergänzungsmittel multivitamin für kinder diese 20 leckere bärchen zum lutschen und kauen die kennt ihr von mir auch schon die da habe ich es noch eine packung habe ich jetzt noch und ich esse die zwischendurch ganz gerne mal die schmecken gut Dann ging bei uns leer von pur und soft 4 rollen zweilagig 45 glatt küchenrolle vom action da nehme ich gerade das was mir gerade so in die hände fällt und ja dann ging bei uns leer von soft und sicher taschentücher diese box 100 stück waren da drin die sind die klassische variante vierlagig ja die kennt ihr von mir auch Und ich fand hatte sein mit den eukalyptus blättern so schön genau die brauchen wir immer die stehen bei uns überall rum Dann habe ich noch mal ein denkt mit ihr müsst bedenken ist vom halben november und halben dezember jetzt aufgebraucht Dann haben wir hier noch mal dieses Und noch mal ein Hygiene Dann haben wir hier einmal unterlagen dazu sage ich nix mehr Das wisst ihr ja Dann ging leer von fit und fun dieses zweck kaninchen futter ein kilo Vitamin power von meiner snow white leer ja ich musste ja diese ein kilo zwei tüten holen weil die drei kilo tüte die groß die ich normalerweise immer hole die war im Fressnapf zu der zeit wo ich die gekauft habe leer gewesen deswegen muss ich zweimal diese nehmen Genau dann haben meine hundis auch vom action diese knochen der lehrte macht mit dem hündchen da Dann habe ich hier zweimal Kuschelweich da sind jeweils ich mein ein liter drin und ist sommerwind genau bis zu acht wochen frische Langanhaltende frische ja genau die kennt ihr von mir auch also ich benutze benutzen wir benutzen da eigentlich immer dieselben Dann hat mein mann mal ausprobiert von isana man duschgel herbe frische mit mit markant herben duft 3 in 1 körper gesicht und haar ja 300 milliliter sind da drin und ist auch vegan Und der duft hat ihm sehr gut gefallen das war so ja so ein frische herbe duft gewesen Hat ihm gut gefallen dann Da kennt ihr schon von von uns also mein mann benutzt das immer sind auch 3 im älteren auch vegan und Ja der liebt diese Sensitiv reihe und ja Dann ging bei uns leer im auto weil wie gesagt wenn wir wegfahren oder kaufen fahren oder so Dann tun wir uns danach immer sofort die hände desinfizieren und da ging einmal leer von Kien Med vom lidl die hygiäne handgel Hygienische reinheit ohne wasser und seife ideal für unterwegs genau sind 50 milliliter trim der duft war Angenehm gewesen hat die hände gut desinfiziert Die hände waren nicht klitschisch nass gewesen und fand ich super gut da glaube ich definitiv wieder nach Und dann habe ich hier noch eins von balea reinigen das handgel dancing in the sun duftet nach süßen sommer vibes 50 ml das war mal eine limitierte Sache gewesen der duft fand ich nicht zu toll hat hat gestunken wir sind auch ehrlich gesagt froh dass dieses jetzt hier leer ist und wir bleiben bei dem von Lidl oder vom rossmann als auch noch gut Dann habe ich meine zahnbürste vor einer woche getauscht da habe ich jetzt eine neue mir geholt von colgate Soft weil ich brauche eine Weiche borsten weil das habe ich streckt zahnfleischbluten und so und das soll irgendwie auch mit aktivkohle Irgendwie sein Genau die habe ich mir bei Action gekauft da kosten die ich mein 80 cent 88 cent und ich meine in der drogerie sind die von colgate ein bisschen teurer deswegen und die bei Action dann habe ich hier geholt Naturfit ist auch vom action diese sticks mit honig sind die und vitamin d3 und a Für meine snow white 112 gramm sind da drin sind zwei stück mit honig und Gott gefällt ihr dann kriegst du das auch dann ging er einmal pure ja pure soft diese doppel pack da Waren zehn rollen 190 blatt dreilagig das toilettenpapier vom action auch super gut und günstig Dann habe ich hier leer gemacht vom vom adventskalender von isana isana creme dusche sofort pflegekomplex 50 milder war da drin ich fand die dusche echt klasse ich fand die super gut und der duft war auch so angenehm richtig angenehm gewesen frisch und so ich würde sagen so eine leichte unter note von vanille Ja würde ich jetzt sagen also ich fand es echt gut ich finde es schade dass es halt nur So probiergrößen gibt für den kalender und man ganz nicht nachkaufen Dann habe ich einmal leer gemacht von balea eine creme dusche gold softness limitierte edition durftet nach rose und mandarin Auch 300 milliliter und ist auch vegan das habe ich jetzt schon mehrmals aufgebraucht und ich finde das einfach so grandios der duft und Da riecht man eigentlich mehr die rose Und die mandarin ist so eine unternote Also die rose Die riecht man wirklich gut raus ich weiß nicht ob der dm die noch hat Falls der dm das noch hat und irgendeiner weiß das von euch schreibt es gerne mal in die kommentare Dann kaufe ich mir das auf jeden fall wieder nach weil ich habe das bei unserem dm das letzte mal nicht mehr gesehen Schade Dann nehmen wir uns einmal leer ein spülmittel von super finn ist lemon duft Waren 1 liter drin war vom action super gut das letzte Jetzt im dezember musste ich mir ein anderes holen von action so eine kleine variante mit apfel duft ist auch super gut Weil das hier leer war bei action aber sehr gut Dann haben wir hier von pedigree die rodeo Auch die leckerlis von meinen hunden die kennt ihr ja mittlerweile Dann ging einmal leer von balea vital creme reinigungstücher mit rose reife haut Ja ist vegan 25 tücher ich finde die nicht so gut wie das serum Also die tücher hier das hat echt Der duft fand ich nicht zu toll ich fand den irgendwie muffig der duft das kaufe ich mir auf jeden fall nicht mehr wieder Ich habe jetzt benutzt um swatches weg zu machen und so und ich bin froh dass ich das davon keins mehr habe Da wird kauf auf jeden fall nicht nach Das serum davon ist super gut da kann ich euch empfehlen auch die augen creme aber diese tücher hier die sind grauenvoll Ja genau hier haben wir noch einmal die meine hunde hatten ja zwei packungen Dann habe ich auf gebrauchten face sheet mask Die war mit kamille extrakt made in korea die war vom action 23 milliliter waren da drin an serum war vegan Die maske fand ich Super gut der duft nach kamille hat so toll gerochen Das fließ hat so gut gehalten auf dem gesicht ich musste nicht irgendwie nach zu bilden hat war bombe gewesen Etwas supergut mit feuchtigkeit getränkt nachher meiner haut Und wenn der action die noch hat kaufe ich mit die definitiv ein paar mehr das steht fest fand ich super dann habe ich jetzt mal aufgemacht von balea lippenpflege magic forest war eine limitierte edition mit märschenhaften duft für zachte lippen Da sind 4,8 gramm drin müsste mittlerweile jeder kennen Den lippenpflegestift habe ich euch auch in meinem Lippenpflegesammlung video gezeigt fand ich super gut habe ich bis jetzt ein zwei mal verwendet und Ja finde ich toll und ich kaufe alle leben alle limitierten Lippenpflegestifte die ich so sehe kaufe ich und probiere ich aus ich liebe es einfach Dann haben wir hier auch einmal genauso auch von rossmann magnesium Magnesium brause tabletten mit orangengeschmack fand ich auch sehr gut weil magnesium brauchen wir ja auch alle Dann habe ich hier haben wir einmal leer gemacht von eric jasmin und floris duft Hat gehalten für 60 tage war sehr gut gewesen 250 ml drin ist jetzt nur eine verkehrte kappe ist die kappe von dem weil ich jetzt drin habe Jetzt habe ich in unserem sprühjahr hier unten im flur und oben im flur habe ich den duft drin Brat apfel und zimt genau nicht auch sehr gut ist vom action und das hier war auch im action war auch sehr gut gewesen muss wieder nachkaufen Dann habe ich Dann habe ich augenpads aufgebraucht von balea hydrogel augenpads mit hyaluron und kaktus wasser Ja vegan die kennt ihr von mir die sind mittlerweile glaube ich im standard sortiment von dm eingezogen Die sind super gut na also die sind echt toll Dann ging bei uns batagnin leer brauchen wir für die lichter ketten Dann haben wir hier noch mal eins davon Dann ja hier der rest davon dann haben meine hunde so ein stiefelschirm bekommt zum nikolaus und da waren leckerlis drin die waren von tedi für Euro oder was die waren runtergesetzt aber noch halber und Ja die haben schon nikolaus gefreut über die leckerlis waren so tannenbäume Und ja so kleine leckerlis gewesen ja mein hunden sehr gut geschmeckt ja Werden wir definitiv noch mal nachkaufen Dann ging bei mir einmal leer von kien vom Lidl Weiche wattepads mit baumwolle da sind 100 stück drin die kriegt man ja Im zweier pack und ich finde die super gut von der vom lidl Und ich werde mir die definitiv wieder nachkaufen weil ich finde die super super gut Genau super gut finde ich die Dann haben wir hier einmal auf Habe ich einmal aufgebraucht eine fußmaske mit lavendel und cherbutter und vitamin e Die war vom action also Die waren gut gewesen von der pflege her ja aber dieser lavendel duft ist mit meiner Und ich habe jetzt noch eine packung die mache ich jetzt noch schnellstmöglich weg weil der Lavendel duft ist mit meinen duft ich liebe lieber Avocado und so frische dürfte und gut an den füßen sind eigentlich egal aber Der duft lavendel ist mit meiner aber die pflegeformel war super gut Dann haben wir einmal leer gemacht vom Lidl Floralis Taschentücher da waren 15 x 10 stück drin vier lag die waren mit balsam und also balsam mit kamille und aloe vera Super 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 gut muss wieder nachkaufen jetzt haben wir gerade aktuell welche vom dm diese limitierten Dinger dorm dann habe ich hier einmal unterlagen formen Rossmann Und noch einmal unterlagen von Kaufland Ja dann habe ich ja hier halt noch einmal aufgebraucht ich liebe die geld wenn ich wirklich gut geschminkt bin dann hole ich immer erst diesen ganzen groben schmutz runter wie make up und so alles durch erst alles damit runter Dann tue ich mein gesicht natürlich richtig reinigen meine reinigungsmitteln und Dann gehe ich mit so einem tuch nochmals rüber geld und morgens wenn ich aufstehe Dann tue ich mein gesicht zuerst komplett richtig reinigen und waschen meinen reinigungsmitteln Und dann zur erfrischung gehe ich mit so einem tuch noch mal drüber weil die riechen auch super gut Ja hier habe ich die umverpackung von Balea die tagescreme mit also die bb cream 5 in 1 Zarte töne intensive feuchtigkeit mit vitamin e und natürlichem Pfirsichkernöl heller hautton Ja hatten lichtschutzfaktor 15 ist eine neue rezeptur ist vegan sind 50 milliliter trim die habe ich euch ja in meinen schmink ist gezeigt Die fand ich supergut die finde ich supergut und ich finde sie sogar besser als die die ich davor benutzt habe von Balea und ich bleib bei dem hier jetzt aber ich brauche meine anderen trotzdem noch auf aber das hier ist Echt der kracher werde ich mir nachkaufen für sobald die tube leer ist Dann habe ich einmal umgefüllt Hamsterfutter Menü für hamster mit gemüse früchten saaten und nüssen 400 gramm Ist mit wichtigen vitamin a e und d3 ohne zusatz von zucker und konservierungsstoffen Und ja 400 gramm sind drin das kaufe ich immer beim kaufland Da ist auch das zeichen beim kaufland und mein kleiner elvis der freut sich super Über über dieses futter hier und er freut sich sobald ich dem jeden morgen ein kleines löffel schien Neues futter dazu tour in seinen napf weil der ist sehr gut ja Mein letzten hamster den ich hatte War ein mädchen Und die hat nicht so gut gegessen also die hat zwar auch gegessen aber die hat nicht so die backen vollgestopft wie mein kleiner kerl den ich jetzt hier oben habe Dann haben wir hier ein duschgill von dusch das Niror Anregender zederholzstuff 2 in 1 duschgill und shampoo Ohne mikroplastik 250 ml von meinem mann kennt ihr auch zeige ich euch auch immer mein mann liebt diese Rote variante von dusch das am liebsten als die blaue und eine grüne variante meine ich gibt es aber er liebt die rote am liebsten Ja Ja dann habe ich hier einmal binden leer gemacht von jesa maxi binden neig plus für leichte blasenschwäche sind die auch geeignet extra lang Diesen einzeln verpackten 20 stück drin und ich finde die super toll ja die sind echt gut Ja Dann ging bei uns einmal ja von baby dreams die extra sensitiv die feuchttücher Da sind 80 stück drin schonende reinigung für empfindliche haut ohne parfüm mit aloe vera und aller Allantium Komische würde Kennt ihr auch von uns Auch standard produkt ich muss mal gerade trinken Hab heute meine mariotasse mal wieder Dann habe ich hier ein duschgel aufgebraucht von balea verwöhnt dusche Pass 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 mit dem duft von frankipani vegan 300 ml sind da drin und der durch kann ich auch Super toll aber ich glaube das gibt es nicht mehr weil es war ja auch so eine limitierte davon habe ich aber noch das deo spray genau und und ja Muss ich mal gucken ob sie die vielleicht doch noch drin haben aber war eine limitierte sache Genau Genauso wie das hier war auch eine limitierte von balean duschgel my summer Paradise mit vanilleextrakt und dem duft von Samtigen Pfirsischen Genau vegan auch 300 milliliter drin ist das hier Der duft hat mir nicht so gut gefallen Muss ich sagen also die vanille riecht man Als allererstes Und der unterton ist und frische duft aber man riecht auch wie sagt diesen Fürsich duft aber der vanille die vanillenote kommt zuerst hervor Genau also hat sauber gemacht war in ordnung aber kaufen muss ich mir das mit mir Ja dann habe ich hier nur die umverpackung von meinen schmuck stein für meine fingernägel Das habe ich mir mal Irgendwann in meiner jugend war für zwei Euro Kann ich kann doch für zwei euro Im t die mal gekauft genau t die war das gewesen das waren so Ja so bunte steinchen für die nägel jetzt umgefüllt Dann haben wir hier noch einmal Ihr müsst bedenken ist vom halben november und dezember Dann habe ich hier vom kaufland Favorit Deluxe Toilettenpapier Fünflagig sogar Ultrasicher komfortabel sechs rollen 129 platt Genau Das war vom kaufland war gut gewesen Ich meine hat 99 cent gekostet das ganze die ganze packung da Ja dann haben meine hunden die nochmal leckerlis aufgebraucht und nochmal ist ja von halben november und dezember wie gesagt Dann sind bei uns auch leer von spargo die xxl Die tücher mit apfel duft 25 stück vom action die kaufe ich immer Wenn es noch schnell gehen muss und man will man was abwischen oder so dann sind die echt toll Dann ging bei uns Dann ging bei uns auch das putzmittel Dann habe ich noch eins nachgekauft vom lidl Genau Man braucht ja immer nur eins oder zwei kappen Dann haben meine hunde ja hier auch von pedigree da waren vier tütchen drin a 100 gramm Da waren zweimal drin mit huhn und zweimal waren drin mit rind genau die kennt ihr auch schon Die sind vom action das sind diese kleinen portionen die man mal unter dem trockenfutter Dann mal macht Ganz gerne mal für meine hundis dann habe ich hier noch eine fußmaske mit Shea butter vitamin e die waren mit avocado das sind meine liebsten die liebe ich die sind super vom duft super von der pflegeformel und Ja davon habe ich jetzt glaube ich noch fünf oder sechs stück und Dann mache ich dann wie gesagt Alle zwei wochen mache ich noch mal so eine maske genau Dann haben wir hier von Domol Hygienespüle Universal Wäschedesinfektion Da ist aber die kleine variante 1,25 ml waren da drin Ja kennt ihr von mir auch Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Balea meine Nasenstripes mit Aktivkohle Effektive lösung für die nase gegen unreinheit und mitesser Unreine und misch haut auch für stirn und kinn geeignet Es ist ist vegan und sind drei stück drin die finde ich Super gut Super gut das sind die besten die ich bis jetzt getestet habe ich Ich brenne für die teile hier weil die ziehen wirklich den ganzen schmutz Raus vor allen dingen hier in dem bereich und nase Da habe ich so am meisten mit zu tun da sind am meisten meine poren zu Und so und dann mache ich die immer drauf und dann lasse ich die immer länger drauf als Zehn minuten meine ich Zehn bis 15 minuten einwirkung Ich lasse die immer 20 25 minuten drauf Und dann ziehe ich die vorsichtig ab und ihr wisst nicht was da für ein schmutz rauskommt Also die sind echt toll Aber für drei anwendungen halt leider auch teuer ich meine 1,70 euro 1,60 euro irgendwie sowas Ist echt teuer für nur drei Stripes Ja wäre gut gewesen wenn da vielleicht fünf stück drin gewesen wären Oder sechs stück drin gewesen wären Da hätte man ein bisschen länger was von Aber die kaufe ich trotzdem immer immer nach Genau Hier habe ich auch noch die zweite packung Und dann habe ich hier Haben wir aufgebraucht Parfüm die wuser ozean 30 milliliter waren da drin Das war vom action das hatten wir im badezimmer Der duft war echt toll wenn man nah dran geht Aber im raum allgemein im badezimmer hat man nichts gerochen Sah sehr schön aus als dekorativ Aber als duft No Kau ich nicht mehr nach Dann habe ich aufgebraucht von Isana Folienaugenpads holo Kühlend Sofort frische Effekt Vitamin B3 Niacinamide Für jeden Hauttyp Ist vegan Die liebe ich auch Die muss ich mir auch wieder kaufen Die sind echt echt toll Dann habe ich hier von Isana Cremeseife Milch und Honig Pflegende Reinigung Mit Milch und Honigduft 500 milliliter waren drin War so ein Nachfüllbeutel So Das ist 70 prozent weniger Abfall Und ähm Ja Auch sehr toll Haben wir gerade in unserem badezimmer In dem ähm Seifenspender drin Und finde ich echt super Und das war es schon gewesen Genau Das war unser aufgebrauchtes Für November und Dezember Also halben November, halben Dezember Und ja Genau Wenn euch mein Video gefallen hat Würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Dann verpasst ihr auch kein Video mehr Alles andere steht unten in der Infobox drin Und dann würde ich einfach sagen Passt gut auf euch auf Denn das tue ich auch Bleibt gesund Und bis dahin Ciao Ciao Ciao